Ich bin deshalb da, weil ich Hitlerfaschismus und Krieg erlebt habe und weil alles, was es an Leben gab, danach unter der Losung ging. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und deshalb bin ich gegen jede Art dieses Krieges, der jetzt in Syrien geführt wird. Also ich stehe da, weil das meine Erfahrung ist, meine Lebenserfahrung. Ja, gut, vielen Dank. Bitte, bitte.